Warm up your sword! 15 Sekunden, um am Anfang wieder aufzuwerfen. Meine Damen und Herren, wir brauchen ein bisschen Stimmung! Und jetzt kommt auch schon der Diamas Reddy! Renate, danke, vielen Dank! 3, 2, 1, GO! Und jetzt geht's aber auch schon los! Die nächste Disziplin ist gestartet! Ja, jetzt ist es wichtig, von beiden Seiten hier reinzuschlagen. Mit der Nummer 10 ist hier am Stand Nummer 3 Peter Haritzer. Dagegen die Start Nummer 9 Simon Dönig. Man sieht, es gibt verschiedene Taktiken. Bei der Nummer 10 wird die rechte Seite gewählt. Und bei der Nummer 9 beginnt man von links. Aber in Kürze werden wahrscheinlich die Seiten gewechselt. Das ist schwer zu erkennen, wie er also hier die Nase vorne hat. Es wird sich nur noch um wenige Momente halten, bis er durch ist. Bis er durch ist! Jetzt kommt er! Das sind die letzten Schläge! Das ist gut! Und das ist der letzte Schlag! Das ist der letzte Schlag! Jetzt ist er! Jetzt! Ja! Yeah! Yeah! This time is good! Unfortunately, disqualification out of time. Also, wer uns gehört, die Zeit ist gewertet worden! 1,57-08! Die Diener sind bereit! Die Diener sind bereit! 3, 2, 1, GO! Und auf beiden Seiten die Axt ins Holz geschlagen! Wann kommt der Durchbruch? Wann kommt der letzte Schlag? Ah, das sieht schon sehr gut aus! Oh, was für eine Zeit! Riesengrossen Applaus für den Mann am Stand Nummer 2! Wir gratulieren mit seiner Zeit von 51.22. Aber es ist noch nicht vorbei! Noch gehts weiter! Denn die Uhr ist bei 1.11. Und tickt weiter für Peter Ries! Kommo Peter! Auf gehts! Ja, das ist jetzt natürlich schwer! Was macht man? Ist noch alleine unterwegs? Muss die Zeit möglichst gut ins Ziel bringen! Hier ist Reue! Ho! 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 Ach die Spitzung! Jetzt ist er! 1, 44.02 für Peter Ries! Jetzt warten wir auf den Schiedsrichter und auf das offizielle Announcement! 2, 65.02 für Peter Ries! 1, 4! Alright, 2, 65.02 für Peter Ries! Zeit von dem Mann aus Österreich mit dem Neuschester. Riesengroßen Applaus für die Zeit von 51.22. Unglaublich. Ja, der Mann hat hier schon nochmal eine sehr, sehr gute...